Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir suchen Kriegende Zuerst in Syrien Am Politiker machen Druck Und reden, reden, sprechen Sprech mit Assad, Assad, Assad Assad ist ein Hauptproblem Aber andere sind auch Probleme Wir sind hier, weil wir gegen Rassismus und gegen unsere Right-Wing-Party Und wir sind auch für Menschen Und für uns ist es wichtig, dass es keine Nation gibt Und wir sind, dass alle das gleiche Das ist, warum wir hier sind Ja, das ist ja, das ist der wichtigste Punkt für uns Demonstrate gegen diese direkte Richtung Das ist jetzt wirklich gefährlich für den Zukunft Und es scheint, dass niemand von der Geschichte gelernt hat Und jeder sollte sehen, dass es viele Leute hier gibt Und dass Vienna ist anders als andere Wir wollen es zeigen Es sind wie Mafia, die die Leute nach dem Meer bringen Und die Leute nach der Straße Und sie werden dann transportieren Und in den Autos und trainieren Und so weiter Und so weitergehen würde Wenn es eine safe und legale Weise Um zu kommen zu Europa Dann hätten sie keinen Dramat Keinen Menschen auf den Bordern Keinen Menschen auf dem Meer Keinen Menschen auf dem Meer Auf, auf! Ich bin süß, die Läger, leider nicht! Stache vertreiben! Lichtlinge bleiben! Stache vertreiben! Schönen Tag, die Läger, leider nicht! Kein Mensch ist illegal! Bleibe recht, überall! Bleibe recht, überall! Kein Mensch ist illegal! Kein Mensch ist illegal! Ja, wir haben uns sicher, dass es nicht so ist, dass es nicht so ist! Wir wollen uns solidarizieren! wöhn you die internationalen Stiller Repugies are welcome here! Auf Bauer! Kein Mensch ist illegal! In Österreich will man dieåderippelstída! Kreis Чын! Willkommen! 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 Kulturen gemeinsam leben können, dass wir desselben... ...die Fehler und die Katastrophen der Vergangenheit... Wieso haben wir das? ... einen großartigen Abend erleben werden. Begrüßt jetzt mit mir den Initiator von Voices for Refugees, den Direktor der Volkshilfe, Erich Fenninger.